Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie man in Excel ein Streudiagramm mit einer Trendgerade erstellt. Wir sehen hier schon das Ergebnis, auf das wir hinarbeiten wollen. Blau sind Punkte, das heißt Kombinationen aus PS und Gewicht für verschiedene Autos und das Orangen ist die Trendgerade durch diese Punkte hindurch. Wie kommen wir dazu? Wir markieren dazu zunächst die Daten, also das heißt die beiden Datenreihen, die die Punkte letztlich ausmachen. Man kann, sofern unter diesen Werten nichts weiter steht, auch die Spalten an sich markieren. Hat man das getan, geht man hier oben auf den Reiter Einfügen und dann gibt es hier im Bereich Diagramme, Punktdiagramme und da kann man das einfache Punktdiagramm auswählen. Das einfache Punktdiagramm sieht erstmal so aus, dass man hier noch einen Titel hat, den kann man ändern oder man kann ihn wegnehmen, ich nehme ihn einfach mal weg. Ganz kurz noch, wir haben hier oben verschiedene Formatentwürfe, das heißt Formatvorlagen, wie man jetzt das Ganze anpassen kann, spielt jetzt hier an dieser Stelle nicht die wirkliche Rolle. Wichtig ist hier der Punkt, dass man sich auf das Plus fokussiert. Bei Plus, nur noch mal ganz kurz, man kann hier Titel für die Achsen und das Diagramm eingeben, dann kann man hier die Punkte mit Daten beschriften, spielt jetzt auch nicht die Rolle. Wichtig ist hier unten dann die Trendlinie. Die Trendlinie, da kann man prinzipiell, wenn man eine Gerade haben möchte, also eine Trendgerade, den Haken einfach setzen. Man kann aber hier auch auf diesen kleinen Pfeil gehen und dann hier noch verschiedene andere auswählen. Wenn man auf weitere Optionen geht, gibt es hier noch mehr Trendlinienoptionen, also exponentielle Funktion, logarithmisch, polynomisch und so weiter und so fort. Wichtig, jedes Mal, wenn man eine zusätzliche Gerade auswählt, wird die auch im Diagramm hinzugefügt. Löschen kann man die, indem man die einfach anklickt und dann die Entfernen-Taste auf der Tastatur drückt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier diese Gerade auch beibehalten wollen. Da gibt es die Möglichkeit, hier bei Schnittpunkt auch zu sagen, ich möchte das Ganze beispielsweise durch den Koordinatenursprung, also 0,0 durchgehen lassen. Das ist jetzt durchaus ein mögliches Szenario, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, aber diese Option existiert. Für regressionsanalytischen Kontext gibt es hier noch die Möglichkeit, die Trendgerade, also die Formel für die Trendgerade, sich einblenden zu lassen, genauso wie das Bestimmtheitsmaß. Wie gesagt, ist aber für regressionsanalytischen Kontext zu gebrauchen. Rechts oben dazu eine kleine Playlist für mehr Informationen. Möchte man jetzt das Ganze optisch noch etwas aufbohren, also die Trendgerade, wichtig, die muss selektiert sein. Und dann gibt es hier unter den Trendlinien-Optionen auch Füllung und Linie. Ganz kurz erklärt, man kann hier natürlich die Farbe ändern, zum Beispiel Orange, die Transparenz. Man kann hier ein bisschen mehr Stärke hinzugeben oder abnehmen. Man kann den Strichtyp ändern, also beispielsweise durchgezogen oder eben Punktstrich, je nachdem, was man braucht. Man kann hier unten bei den Pfeiltypen und bei den Pfeilgrößen auch festlegen, ob es beispielsweise einen Startpfeiltyp geben soll, zum Beispiel hier diese kleine Raute. Die kann man auch etwas größer machen. Und ob es einen Endpfeiltyp geben soll, beispielsweise einen Pfeil, um einen Indikator zu geben, dass das Ganze eben weiter zunimmt.